Ich bin Matthias Pitz, 47 Jahre alt, Diplom-Informationswirt, habe zwei Söhne und bin verheiratet. Ich bin in Mannheim geboren, bin Waldhof Ost aufgewachsen, seit 1986 jetzt hier in Käfertal und ich fühle mich wohl hier. Ich bin seit 2005 bei den Grünen. Damals haben wir den OFA Nord gegründet und bin hauptsächlich für die Themen Verkehr und Stadtentwicklung zuständig gewesen. Zwölf Jahre lang den zuständigen Arbeitskreis geleitet, war auch fünf Jahre im Kreisvorstand, davon zwei Jahre als Kreisvorstandssprecher. Ich war von 2004 bis jetzt Bezirksberat in Käfertal und Vertreter im Ausschuss für Umwelt und Technik, habe dort hauptsächlich Verkehrsthemen bearbeitet. Das passt jetzt sehr gut zum Gemeinderat, wo ich mich hauptsächlich um den ÖPNV kümmern werde. Weitere Themen sind für mich Energie und der Wald. Mein Lieblingsort in Mannheim ist der Kallstern. Das ist eigentlich seit meiner Kindheit so ein fester Bezugspunkt, der immer da war. Ja, ich habe eine gute Wahrnehmung, bleibe an den Dingen dran und bin lösungsorientiert. Musik